Und jetzt kommentieren Sie wieder all das, was Ihnen wichtig ist. Also, legt los, Jungs! Hier sind... Guten Morgen, Boris Brandt! Guten Morgen, es ist 13 Grad. Es ist wirklich ungemütlich draußen an diesem almost very heißesten Juni Morgen. Aber ich bin gut gelaunt, ich bin gut drauf. Ja, ich bin auch gut gelaunt. Wir gucken jetzt ja nur noch positiv nach vorne. Es gibt nur noch gute Geschichten. Außer wenn wir auf unsere Regierung schauen, da kommen wir gleich zu. Aber ich kriege heute, um 10 Uhr klingelt es an der Tür, mein neuer Kleiderschrank wird geliefert. Also sozusagen, wenn man ja mit YouTube viel Geld verdient, kann man sich auch mal neue Möbel leisten. Klangt das jetzt ein bisschen arrogant, aber nein. Ja, nee, es ist vor allem das Schlimmste, finde ich, dass du jetzt so tust, als geht es um neue Möbel, weil dein alter Schrank... Die Wahrheit ist, mein Freund, du hast dir... Also, seit ich dich kenne, setzt du hier permanent, ja, permanent neue Kleidungskosten gegen deine fünfstelligen YouTube-Einnahmen. Und das wiederum, muss ich sagen, sehe ich kritisch, weil ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, wenn man sich so kleidet, wie man sich kleiden will, dann ganz schnell, mein Freund, ganz schnell bist du auf der Titelseite von schmierigen kleinen linksradikalen Zeitungen und dann bist du plötzlich der Zara-Man, der Louis Vuitton-Man oder irgendwas in der Richtung. Das ist ganz... musst du vorsichtig sein. Das stimmt allerdings. Und das Schlimme ist ja, als Selbstständiger, du kannst ja jeden Scheiß absetzen. Also... Ja, das stimmt. Ja, das kannst du. Darf ich übrigens sagen, wir haben ab heute Morgen, also jetzt heute Morgen, deswegen musst du dich ein bisschen freundlicher sein heute Morgen, ein bisschen gewillter ausdrücken, lieber Herr Brandt. Nämlich ab heute Morgen oder seit heute Morgen sind unsere kleinen Talks, die wir miteinander machen, ja, sind wir jetzt auf allen Audioportalen zu hören. Wir sind auf Spotify, wir sind bei RTL Plus, wir sind bei Amazon Music, auf allen, auf Deezer, auf Stitcher und, 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 auf allen Podcastportalen kommen wir jetzt jeden Morgen mit unserem Talk. Und du bist schon wieder eingefroren gewesen. Das ist wieder Hamburg, wie es bleibt und lebt, aber jetzt sehe ich und höre ich dich wieder. Du bist eingefroren gewesen. Ich habe mich selber brillant in Bewegung gesehen, aber weißt du, was das Irre ist? Ja. Du bist eingefroren in der Sekunde, wo ich neben einem mobilen Blitzgerät stand, das hier aufgebaut wurde auf meiner Strecke, und da bist du eingefroren. Das heißt, anscheinend gehen von diesen Blitzgeräten, und jetzt kommen wir gleich zur ersten Verschwörungstheorie des Tages, da gehen starke, starke Schwingungen aus. Und sie wollen natürlich prüfen, ob ich hier, wie sich das gehört und wie es auch richtig ist, mit einer Halterung diese Filmchen mache, oder ob ich aber vielleicht das Ding in der Hand halte und nicht aufmerksam bin. Und das hat der Blitz ja sofort registriert. Ja, aber das sieht man ja dadurch, wie die Kameraführung ist, also das ist ja definitiv eine Halterung. Das sieht man ja. Aber manche Leute, du weißt, wie es ist. Da sagen sie, erst reden sie über Klamotten, danach reden sie über Halterung im Auto. Da gibt es ganz, ganz viel, was es zu diskutieren gibt immer. Und von einer Halterung ist man ganz schnell Behaltung, und das ist dann ganz schnell politisch, und du weißt, wie es ist. Magst du aber gerne mal unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer von RTL Plus und Amazon Music und so mal begrüßen vielleicht heute Morgen? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Brandt und Wattermann, Wattermann und Brandt und ihre wunderbare Tasse. Bei uns gibt es keine rolligen Katzen, das muss man sagen, wenn man rollige Katzen haben will, dann muss man zu Bernis Nachtcafé gehen. Bei uns gibt es geknallhart serviert, morgens, zwischendurch und auch abends auf verschiedenen Kanälen. Was wir eigentlich machen, das ist tatsächlich jetzt die Wahrheit und im Ernst, wir wollen einfach nur eins, wir wollen, dass wir einfach ein bisschen gut unterhalten sein, dass ihr eine Alternative habt zu dem Fernsehen, was so komische Geschichten am laufenden Band erzählt, die wir immer die gleichen hören und so. Bei uns hört ihr, das und das ist garantiert, jeden Tag neue Geschichten, die sich nicht wiederholen. Ja, genau, und es gibt eine Geschichte heute Morgen, die haben wir noch nie im Leben besprochen, weil ich wusste sie vor heute Morgen gar nicht. Siehst du? Es könnte eventuell passieren, dass wir im nächsten Jahr sagen, herzlich willkommen Bundeskanzlerin Angela Berg, äh, Annalena Bergbock, äh, Baerbock, mein Gott, entschuldige, äh, ich bin ja völlig durch, das hat mich so geschockt, Annalena möchte Bundeskanzlerin werden, hat sie offiziell gesagt, also sie könnte sich das vorstellen, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie die Gesichtszüge von Herrn Habeck daraufhin entgleist sind. Ähm, wie immer, der hat wuschelige Haare und guckt, dumme Wäsche, das Tolle ist das, das sind die Kindergartenkinder, ähm, die, äh, gerade ihren ganzen Teller mit Essen runtergeschmissen haben, dann reingetreten sind in die Suppe, ausgerutscht sind, mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt sind und dann sagen, sie würden gern Küchendienst machen. Das ist Annalena Bergbock, das hat sie früher immer schon so gemacht, auf dem Trampolin mit den Leuten mit dem Kopf zusammenstoßen, bis heute merkt man ja die Folgen und, äh, dann immer noch sagen, sie will Trampolin-Weltmeisterin werden. Das ist, wird nicht stattfinden. Die Grünen haben, äh, so viel, jetzt ja schon so viel verloren wie nie. Die Grünen sind eine Partei, die genauso wie damals hier die furchtbaren Nazis oder so, die an, die völlig unwählbar sind und die es nur noch als radikale Minderheit geben wird. Das wird niemals passieren, dass Annalena Baerbock, äh, Bundeskanzlerin wird. Never, ever, niemals, nie. Also sie wird nicht die neue raute Frau? Nein. Bestimmt. Okay. Sie wird überhaupt gar nichts werden. Diese Frau ist die, ist nachweislich, international, eine der größten Versagerinnen, die unser Land jemals hervorgebracht hat. Sie ist, äh, getoppt wird sie nur noch durch den Mann, der von Wirtschaft so viel Ahnung hat, wie ich von der Hege und Pflege von Schnittlauch. Insofern, ähm, also, das wird nicht passieren, das werden wir nicht erleben. Auch Herr Habeck wird niemals Kanzler werden. Er kann ja antreten, man sieht ja schon dran, wie dumm sie sind, dass sie zwei Tage vor der Wahl allen Ernstes riesige Plakate überall plakatiert haben, wo draufsteht, gemeinsam gegen rechts. Die sind so verstrahlt, die sind so weit weg von der Welt, die haben so wenig Respekt vor normalen Menschen, die hassen ihr Volk. Das ist wirklich durchgeknallt. Denn mir tun alle Menschen unendlich leid, die übrigens, wie ich auch mal tatsächlich, die mal dran geglaubt haben, dass bei den Grünen vor allem die gute Idee im Vordergrund steht und die das Bemühen, sich für die Umwelt einzusetzen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Maß zu regeln, Leute zu demoralisieren, Besitz sozusagen zu zerstören und sowas alles. Der Umweltschutz, wenn das denen wichtig wäre, dann würden sie das tun von Anfang an, vor allen Dingen gegen Plastik. Denn Plastik und Mikroplastik ist das, was unsere Welt tatsächlich ernsthaft bedroht. Das ist richtig schlimm und man kann es mit dem Geld, das sie ausgeben für irgendwelchen Dreck in der dritten, vierten, fünften Welt, für irgendwelche Frauen im Wald von Sunabuna, das ist so Banane, dass ich mich so aufregen könnte. Wenn sie das Geld nehmen würden und würden zum Beispiel das in Asien spenden dafür, dass nicht 80 Prozent allen Plastikmülls in Asien in die Flüsse geht. Das ist ganz einfach zu machen. Da müssen Filter rein, da müssen Auffanganlagen rein, das kostet Geld, aber es kostet lange nicht so viel Geld wie völlig sinnlose Fahrradwege, wie Kühlschränke in Kolumbien und nachhaltiger Reisanbau in Thailand. Insofern, diese Truppe ist eine so dermaßen wahnwitzige Versager-Truppe, die so wenig Ahnung hat, die so wenig Haltung hat, die so wenig, die hat gar nichts. Die ist einfach nur furchtbar schlimme, stinkende, heiße Luft. So. Oh. Also, liebe Freunde im Streaming, die ihr uns heute Morgen das erste Mal hört, das müsst ihr jetzt jeden Morgen genauso ertragen. Das darf ich schon mal an dieser Stelle erwähnen. Nur, weil du mich angezündet hast. Ja. Ich hätte nicht was gesagt, ich hätte über Joghurt geredet, ich hätte über Joghurt geredet. Ja, ich, und dabei wollte ich eigentlich nur über Schnittlauch reden und wollte dich fragen, was hast du gegen Schnittlauch? Also, äh. Gegen Schnittlauch, aber ich kenne mich mit der Hege und Pflege nicht aus. Aber, Bobo, damit wir noch ganz kurz, wo wir im Thema drin sind, da sehe ich gestern Abend das Video, das neue Video von unserer Freundin, ähm, von unserer Freundin Yvonne Moulin. Ja. Die unter anderem, äh, gesagt hat, nachdem sie das Thema Kim Virginia und ihrem Stiefvater AfD und so weiter, weil sie die Trash-News der Woche präsentiert hat, das nochmal zum Thema gemacht hat und sich ganz klar positioniert hat, indem sie sich nicht positioniert hat, indem sie nämlich gesagt hat, sie äußert sich politisch nicht, weil sie nicht genug Ahnung davon hat, um sich zu äußern. Da habe ich gelesen, das war der ein oder andere Kommentar durchaus auch ein bisschen kritisch mit ihr, der da sagt, wenn man so eine Reichweite hat, dann sollte man entweder sich positionieren und wenn man aber sagt, dass man keine Ahnung hat, gäbe es ja die Möglichkeit, sich Ahnung zu verschaffen. Wie siehst du das? Ja, also, ich sage mal so, es ist eigentlich ganz einfach. Natürlich kann man sich die Ahnung beschaffen, aber die macht doch was ganz anderes, genau wie wir was ganz anderes machen. Wir müssen, wir sind nicht dafür zuständig, politische Meinung zu bereiten. Ich mache das, weil das meine Leidenschaft ist und das ist der Unterschied, weil ich das machen kann. Ich kann meine Meinung immer sagen, weil mich kann man nicht bedrohen. Mich kann man nicht arbeitslos machen, bei mir gibt es keine Arbeits-, keine Chefs, keine Firmen, die mich irgendwie rauswerfen, wenn irgendwas rauskommt, gibt es alles nicht. Und das ist bei anderen Leuten, die auch tatsächlich von dem, was sie tun, natürlich leben und sowas alles, erstens ist es bei denen anders. Zweitens, viel wichtiger, wenn ich doch damit nichts zu tun habe, dann muss ich das nicht machen und ich muss auch nicht, auch die Reichweil, die ich habe, muss ich nicht nutzen, um politische Meinung zu haben, überhaupt nicht. Du bist ja, meine, ganz ehrlich, ich bin ja auch nicht verantwortlich dafür, Leute, die Zahnschmerzen haben, die Zahnschmerzen zu nehmen. Ich bin einfach kein Zahnarzt, natürlich kann ich mir das Wissen aneignen, aber ich mache ja andere Sachen. Ich verstehe das total und ich finde es auch gut, dass jemand mal sagt in der heutigen Welt, weißt du was, ich habe davon keine Ahnung. Das ist das, was unsere Welt im Moment gerade eigentlich ehrlich gesagt braucht. Weil wenn du siehst, wenn heute irgendwas passiert, wenn heute Krieg ausbricht zwischen Utschen-Butschen und Butschen-Utschen, dann werden sofort alle sagen, was denkst du denn davon? Und alle reden und stellen sich auf eine Seite und alle haben eine Meinung und dann kommt die Bundesregierung und sagt irgendwas, dann tröten die ganzen Medien in vorauseilenden Gehorsam die gleiche Meinung raus und plötzlich sind alle für Utsu-Butsu statt Utsu-Butsu. Und dann stehst du da und sagst, Alter, ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Jetzt muss ich irgendwo sein. Dann kommen Leute, die greifen dich an, weil du auf der falschen Seite stehst. Das ist eine Krankheit der Zeit und ich finde das gut, wenn man sich da raushält, ehrlich gesagt. Man, aber wie du am Montagmorgen schon unter Zunder bist. Ich glaube, das liegt wirklich daran, weil du weißt, wir sind bei RTL Plus jetzt zu hören, deinem neuen Lieblingssender, der ja 19 neue Trash-Formate in der nächsten Saison ausstrahlen wird. Ich glaube, da musst du dich jetzt, oh, da merke ich, da bist du Zunder. Zunder, Zunder, Zunder. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht auch eingeladen werde in dieses Format. Und das ist eines Tages, dass ich hier, es gab doch mal diesen Comedian, der immer so rumgeschimpft hat. Nicht, dass man mich eines Tages zu seinem Nachfolger macht. Das wollen wir nicht erleben. Ja, oder du kriegst auf einmal bei Punkt 6 eine Morgenrubrik, Brand schimpft oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Die sind flacher, die sind viel flacher. Die sagen dann Brand heiß. Oder Brand eskaliert. Ja, und er ist Brand. Apropos, was habe ich denn da gehört? Da müssen wir ganz kurz ein bisschen ernst werden und sind trotzdem noch ein bisschen politisch. Gestern Zwischenfall in Hamburg, ne? Ja. Ist allerdings, muss man sagen, hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Ist auch kein, nicht irgendwie ein syrischer Messerfuchtler oder so, sondern es war ein Durchgeschepperter, der aus einer Kneipe kam, einen Hammer in der Hand hatte und ein Molotow-Koktail. Ist auch geil, dass man mit einem Molotow-Koktail in eine Kneipe geht. Und den haben sie, also er hat da rumgefuchtelt, rumgeschrien, am Rande der Veranstaltung, hat mit der Veranstaltung nichts zu tun gehabt. Der war auch nicht auf dem Weg in die Veranstaltung. Das ist einfach durchgeknallt, der in so einer Kneipe war. Und dann haben die Polizisten ihn umstellt. Dann hat er sich irgendwie gefühlt, als ob er auf einer großen Bühne steht. Hat da weiter rumgefuchtelt. Irgendwann haben sie ins Bein geschossen und das war auch so. So schaut's aus, genau. Und dann, wir sind ja auch immer gerne, auch wenn man das jetzt gerade nicht ahnen mag, wir sind ja auch gerne gut für gute Nachrichten. Also positive Nachrichten. Und ich möchte gerne eine positive Nachricht gerne mal raushauen. Unsere liebe Wienerin, die Judy, die Judy, die hat das Geld gespendet. Sehr gut. Und zwar, also sie hat es gepostet. Ich habe jetzt kein, ich glaube ihr das einfach mal, bevor es wieder heißt, muss man nicht so kritisch sein. Ich glaube ihr das. Und sie hat unter anderem für die DKMS gespendet, für eine Tierorganisation, glaube ich, wenn ich das rieche, also für drei Organisationen insgesamt, da wurde das Geld aufgeteilt. Das heißt, ich glaube, es waren ja noch 8000 Euro über. Also für alle Leute, die es jetzt in den Podcastportalen hören, tut einfach so, als hätten wir das nicht gesagt. Weil das zu erklären, was da los war, da würden wir jetzt eine halbe Stunde brauchen. Aber wir dürfen, auch das wollen wir gerne sagen, das Geld wurde gespendet. Ja, das ist, finde ich, sehr gut. Auch wenn auch das ja eigentlich gar nicht unser Bier ist und wir mit der eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Aber anyway, ich finde es gut, dass es gemacht worden ist, genau. Und das darf man auch gerne mal vermelden. Wenn wir Kritisches vermelden, darf man ja auch gerne mal Positives vermelden. Ich muss mal gucken, was hatten wir denn noch? Achso, wir sind noch mal ganz kurz in der Politik. Hast du mitbekommen, was bei den Grenzkontrollen los war? Frau Faeser hat sich ja geäußert. Nee, Frau Faeser ist ja auch eine von der Versager-Truppe. Was hat die wieder kaputt gemacht oder gesagt, Blödes? Genau, bei den Grenzkontrollen, die wegen der Fußball-Europameisterschaft vorübergehend ja eingeführt wurden, hat die Bundespolizei mittlerweile vor Turnierbeginn 1400 unerlaubte Einreisen festgestellt. 900 Menschen seien zudem vom 7. bis 13. Juni an der Einreise gehindert worden. Ähm, außerdem 173 Haftbefehle sind vollstreckt worden. Sie sagt, das zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken. Ziel sei es, vor allem Gewalttäter früh zu erkennen und zu stoppen. Laut der Ministerin wurden zudem 19 Fahndungstrepfe aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität festgestellt und 34 Schleuser festgenommen. Die erweiterten Kontrollen finden auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Medelluk-Staaten statt, wo vorher nicht geprüft wurde. Zudem können Reisende aus dem Schengen-Raum an Flughäfen und in Häfen gecheckt werden. Genau, das ist eine komplette Fehlinterpretation der Lage. Sie wurde gezwungen dazu, von anderen Ländern und von den Umständen das jetzt zu machen. Sie hasst es wie die Pest, dass jetzt irgendwelche Flüchtlinge daran gehindert werden, hier reinzukommen, weil sie ist ja eine von denen, die in ihrer Antifa-Zeit, bei der übrigens auch Herr Steinmeier dabei war und auch Herr Scholz waren ja alles Antifa-Kämpfer, da hat sie ja schon gesagt, dass Deutschland sozusagen durchgerast werden muss, dass hier die ganzen anderen Kulturen hier unbedingt rein müssen. Und andere Politiker, die freuen sich ja drauf, dass hier alles bunt und schön wird und so. Sie musste das jetzt machen, jetzt ist das das Ergebnis, jetzt tut sie so, als hätte das irgendwas mit ihrer Arbeit zu tun oder irgendeine Leistung. Das ist 0,0 so. Ich habe genug Freunde bei der Polizei und vor allem auch bei der Grenzpolizei, die das bestätigen. Das ist jetzt nur so, dass jetzt im Moment gerade mal ihr Ministerium hinter den Beamten steht, denn ansonsten hat sie nur eins gemacht, das ihnen möglichst schwer machen. Sie durften zum Beispiel nicht, wenn sie im Zug waren und haben da Menschen gesehen, die aussahen wie Syrer, die illegal eingereist waren, da durfte man sie nicht kontrollieren, weil sie aussahen wie Syrer, die eingereist waren. Dann durfte sie nur kontrollieren, wenn sie eine kriminelle Handlung vorgenommen haben. Ansonsten waren die Beamten selber dran. Solche Regeln wurden jetzt aufgehoben und plötzlich, und das, was jetzt passiert, das Ergebnis ist das Ergebnis, glaube ich, von einer Woche. Das kannst du dir vorstellen, was hier jede Woche passiert, abgesehen davon, dass die ja nur einen ganz kleinen Teil der Leute erwischt haben. Das ist ja wie beim Drogen. Wenn du in Hamburg hier einen Container Drogen findest, dann gibt es noch zehn weitere Container, die du nicht gefunden hast. Das ist bei den Kriminellen, die hier einreisen, genau das Gleiche. Das heißt, diese Überflutung mit Illegalen geht einfach weiter, nur sie wird jetzt so ein bisschen begrenzt, das spricht sich jetzt rum. Das ist auch nach der EM-Betrof Weser sofort wieder alle Grenzen herrlich aufmachen, alle wieder einreisen lassen. Die Schleuser, die sind ja nicht lange im Knast, die sind zehn Minuten im Knast, halbe Stunde vielleicht, manchmal auch Overnight. Aber das macht ihnen nichts aus, weil endlich mal schön warm in der Zelle. Ich wollte gerade sagen, eine Mahlzeit, gibt doch eine Mahlzeit for free. Ja, natürlich, hallo, das ist vom Feinsten, da gibt es gar kein Problem. Ärgerlich ist diese Dreierzelle vielleicht, oder eine Zweierzelle, das ist nicht so gern genommen bei den Schleusern, aber sie kennen das ja, dass man so, sag ich jetzt mal, auf engem Raum zusammen ist über längere Zeit, das kennen die, das ist kein Problem. Ja, also ich hatte damals nur eine Zweierzelle, aber das ist ein anderes Thema, darüber wollen wir nicht mal sprechen. Wir wollen ganz schnell im Bereich der Promis und Gossip gehen. Möchtest du zuerst über Kathi Karrenbauer oder über Kathi Hummels sprechen? Nee, erst über Kathi Karrenbauer und dann über Kathi Hummels. Kathi Karrenbauer, bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sie hatte neulich Geburtstag. Genau, und muss sich leider einem weiteren Eingriff unterziehen. Es war ja so, dass sie vor einigen Wochen ja einen Schlaganfall hatte und daraufhin schon die erste kleine OP hatte und danach berichtet hat und so weiter, dass sie wirklich unter Todesangst gelitten hat und wirklich ihr ganz schlecht damit ging. Und jetzt ist leider, leider, leider ein weiterer Eingriff fällig. Ich mache mir schnell die Meldung auf. Und zwar heißt es, sie muss sich erneut eine Operation an der Halsschlagader unterziehen. Bereits vor kurzem habe die 61-Jährige eine solche Operation aufgrund eines leichten Schlaganfalls über sich ergehen lassen. Sie sagt gestern, ich habe so eine Angst gehabt, ich kann es gar nicht beschreiben. Natürlich fragte sich die Schauspielerin damals auch, ob sie ohne bleibende Schäden davon kommen würde. Was ist eigentlich, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht besprechen kann, wenn ich gelähmt bin? Und jetzt hat sie erneut Angst vor dem nächsten Eingriff. Es muss also an der Halsschlagader nochmal eine Operation stattfinden. Und ich kann die Ängste verstehen. Ja, total kann ich das verstehen. Und das Schlimme ist das, dass ganz, ganz viele Ärzte, und ich kenne tatsächlich mehrere Menschen, denen sowas passiert ist, gerade hier in Hamburg 3 zum Beispiel, die aus einem enger Freundeskreis sind. Und deren Ärzte haben, weil es sind nur zwei Ärzte gewesen, weil die einen, zwei von denen gehen zum gleichen Arzt, die haben gesagt, das ist eine Impffolge, weil nämlich diese Spike-Proteine länger aber arbeiten als gedacht. Und die verstopfen dann irgendwie die Adern. Ich bin ja kein, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich kann das nur wiedergeben. Das macht mich auch immer panisch, wenn ich solche Geschichten höre. Aber das scheint eine mögliche Impffolge sozusagen zu sein. Und es gibt ja viele, die hier plötzlich und unerwartet, heißt es ja dann immer, versterben. Und die sind alle an diesem Thema verstorben. Und da haben die Ärzte, also zumindest den Professor, den ich kenne, und deren Ärzte eben, beide haben unisono das Gleiche gesagt. Das hat zu tun mit einem Lebenswandel natürlich sowieso. Da hat es zu tun mit deinen genetischen Anlagen. Aber es hat tatsächlich auch ganz viel mit der Impfung zu tun. Und was man machen soll, ist... Und aber auch mit Rauchen, muss man sagen. Also Rauchen, Kathi Kahnrohr gehört ja zu starken Raucherin. Ich kenne es aus der eigenen Familie vom Papa auch, der seit dem 14. Lebensjahr geraucht hat und so weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Das kommt da rein. Und es gibt einen Trick, eine wichtige Botschaft kann ich hier geben. Medizinische Botschaft, obwohl ich kein Arzt und kein Virologe und nichts bin. Und zwar die Didimere, D-Bindestrich-Dimere, so wie man es spricht, die sollte man dringend prüfen lassen. Das hat was zu tun mit der Blutkonsistenz, mit dem Fluss des Blutes und mit der Verengung und der Adern. Und das sollte man prüfen lassen. Das kriegt man, glaube ich, beim Arzt nicht umsonst. Da muss man sechs Euro oder irgendwie sowas für zahlen. Hat mir jemand erzählt? Ich weiß es nicht. Aber Didimere ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, wenn man sich davor schützen will. Und möchtest du unseren Zuschauer oder unserer Zuschauerin FDSFSDFSD begrüßen? Also eventuell musst du das auch nicht tun, weil der Kommentar war gerade, wo bin ich denn hier gelandet? Was für ein Geschwurbel? Direkt D-Abo. Wollen wir mal kurz ein Pfht rausschicken? Genau. Aber es ist toll. Es ist ja toll, weil es ist ein gutes Zeichen, weil da ist ja jemand neu dazugekommen. Und toll, wenn das hier geschwurbelt ist, dann muss man das nicht anhören. Man kann mal woanders hingehen. Da gibt es ja zum Beispiel würde ich jetzt im Moment gerade gerne auf die ARD oder ZDF schalten. Da gibt es so ein Morgenmagazin im Team. Da kann man das ja gucken. Kein Problem. Aber sag bitte nichts gegen Donald Becker, meinem Lieblingswettermetrologen im Morgenmagazin. Also bitte. Niemals machen. Es ist ja heute zum Beispiel in Hamburg, denn die Wetterkarte ist glühend rot bei 13 Grad. Das macht der Donald alles wunderbar. Also es ist tatsächlich dunkelrote. Eine dunkelrote Karte bei 13 Grad. Und in Wirklichkeit bedeutet dieses Dunkelrot nur, dass es einen wunderbaren Sonnenaufgang gibt. Und zwar in einem Dunkelrot. Ja. Und so haben wir hier verfickte Schwurbler. Ja, verfickte Schwurbler. Entschuldigung den Ausdruck. Aber die machen daraus jetzt, dass das Alarmismus wäre. Wie kann man denn sowas sagen? Das ist doch nur einfach, damit es hübsch aussieht. Ja, und das ist wie bei deinem Bäcker um die Ecke. Da wird es auch manchmal dunkelrot. Und zwar, wenn das Franzbrötchen zu lange im Ofen war. Richtig so. Also. Und du dann zum Bäcker und sagst, das Ding ist ja wohl verbrannt. Dann wird ihr Gesicht dunkelrot. Genau. Oder sagt die, hören Sie doch auf, die Schwurbler sie. Ja. Genau. Und das war dann 8.15 jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hat ja durchaus schon mal Erfahrungen mit Stalker gemacht. Ja. Und jetzt war es so, am Freitagnachmittag, also am Tag des Deutschlandspiels, sie zu Hause in München, wohnt ja in München, wo also auch das Deutschlandspiel am Abend stattgefunden hat. Ja. Und somit generell ja einfach über Tag 4 los war. Klingels an ihrer Tür und es steht ein Mann vor ihrer Tür, den sie nicht kennt, sie öffnet nicht, sondern über die Gegensprechanlage, sagt derjenige, ich möchte Kathi Hummel sprechen. Worauf sie dann sagte, die wohnt hier nicht, weil es ist auch kein Klingel, kein Namensschild an der Klingel, beabsichtlicherweise. Darauf hat er sich nicht einlassen wollen und blieb insgesamt 40 Minuten vor der Tür stehen, ohne zu gehen. Frau Hummels, also ich würde mir erstmal sagen, wie hättest du da jetzt erstmal als Frau reagiert, die alleine zu Hause ist? Ich kenne das tatsächlich, ist kein Witz. Mich haben sie mal in Hamburg, haben sie mich ja mal gemobbt und da gab es auch Leute, die im Vorauseilenden Gehorsam gedacht haben, sie müssten bei mir zu Hause vorbeikommen und irgendwelche böse Botschaften schicken und sowas alles. Und bei uns gibt es da genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache die Tür auf und die Hunde rennen raus und nehme den Typen auseinander und das machen die tatsächlich, weil das Maramanus sind. Oder aber ich gehe zu meinem Tresor im Schlafzimmer und dann hat er sein Leben ausgehaut. Das sind die beiden Varianten. Er hat das nicht gemacht. Diese beiden Varianten kamen für Frau Hummels jetzt ehrlich gesagt nicht so in Frage. Also ihre... Ich hoffe, sie hat Varianten frei gewählt und die haben wir auch gewählt damals. Wir haben einfach die Polizei gerufen. So, man könnte die Polizei rufen. Man kann da natürlich auch sein Handy nehmen und Insta-Stories machen darüber. Das hatten wir... Also da muss ich sagen, den Weitblick hatte ich damals noch nicht. Ja. Und da hat er... Das hat da Frau Hummels was Anständiges gemacht. Das finde ich sehr gut. Da hat sie... Hat sie den Mann... Bitte was? Hat sie ihn auch gefilmt, den Mann? Nee, das hat sie nicht... Also sie hat Insta-Stories gemacht, auch erstmal nicht mit Video wohl, sondern nur geschrieben. Hier steht gerade ein Mann vor der Tür. Was soll ich machen? Soll ich die Polizei rufen? Ich fühle mich gerade sehr unwohl, hat sie geschrieben. Ja. Und daraufhin hat sie dann aber doch die Polizei gerufen. Es gab nur ein Problem. Es war München, es war am Tag des Deutschlandspiels und die Polizei ist nicht ans Telefon gegangen und war auch ehrlich gesagt relativ überfordert, weil München war voll und hatte ehrlich gesagt, nein, also ich will jetzt nicht sagen Wichtigeres zu tun, aber es war einfach schwierig in der Tat die Polizei überhaupt ans Rohr zu bekommen, weil wenn so viele tausend Menschen wegen einem Fußballspiel in der Stadt sind, da ist einfach polizeimäßig viel zu tun. Und das war schwierig. Und dann hat sie ihren Papa versucht zu erreichen, ob der irgendwie mal eben rüberkommt. Ja. Und ja, und es war einfach ganz schwierig. Und dann hat sie noch eine Insta-Story gemacht, wo ihr dann die Tränen übers Gesicht liefen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob mit Teleprompter oder mit Moderationskarte in der Hand. Ja, und ich muss dazu sagen, man sieht es wieder deutlich, Variante 1 oder 2 wären effizienter gewesen. Das hätte man ja auch filmen können. Also wenn ich meine Hunde rauslasse und filme das, ich habe das ja einmal gemacht, ich habe das ja einmal erlebt, dass wir Einbrecher auf dem Gelände hatten. Und ja, hinterher gab es dann von irgendwelchen linken Anwälten, gab es dann eine Klage von dem, weil wir angeblich dieses Einbrechen überbewertet hätten. Sie hätten ja schließlich nur ein Kinderfahrrad geklaut und mein Hund hat halt dem hinten die Achillesferse entfernt. Also nicht gebissen, sondern hat sie ihm entfernt. Der Mann kann nie wieder richtig gehen. Das tut mir natürlich leid, aber er hätte sich nicht auf dem Grundstück aufhalten müssen. Und das wäre Variante gewesen, die für sie auch besser ist. Sie sollte sich einen Hund besorgen. Wobei, Hunde, da muss man auch wieder mit denen sprechen. Ich weiß es nicht. Ich denke bei Kathi Hummels immer, ich möchte sie eigentlich gerne jetzt, also das hat jetzt nichts mit tiefen Gefühlen zu tun, aber Kathi Hummels ist jemand, da denkt man immer, also denke ich immer, den müssen wir mal in den Arm nehmen und sagen, Kathi, jetzt hör doch auf mit der Scheiße. Du bist doch ein hübsches Mädchen. Es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Was soll denn der ganze Zauber immer mit diesem ganzen Abnehmen und diesem Drama und sowas? Du machst doch einfach ein schönes Leben. Du hast doch alles, doch alles in Ordnung. Warum musst du denn unbedingt dieses Zeug machen? Warum musst du dieses Elende moderieren? Kannst du nicht denen sagen, ich moderiere das, aber nur ohne Karten, dann wäre es auch schon besser. Ja, aber die Sendung hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Also Entschuldigung. Aber ich glaube, ich fürchte, also ich fürchte vielleicht nicht wegen der Moderation. Man weiß in der heutigen Zeit, die Leistungsgesellschaft ist abgeschafft. Das kann auch sein, dass man auch Minderleistung einfach auszeigt, weil man sagt, es ist eine Minderheit. Es ist einfach die schlechteste Moderatorin, die muss Preis gewinnen, weil sie in einer Minderheit ist. Und wir wollen ja keine Minderheiten ausgrenzen, das wollen wir nicht. Das stimmt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also sie hat zumindest Anzeige erstattet, hat sie gemacht und alles gut bei dir? Da ist eben gerade jemand mit einem Tesla um die Kurve gebogen und hat so Gas gegeben, dass der Wagen hinten so geschlittert ist. Das war spannend. Da bin ich mal gespannt, wer irgendwo reinfährt. Oder er hatte zum ersten Mal einen Tesla. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, also sie hat Anzeige erstattet, habe ich gerade nochmal nachgelesen. Und der letzte Satz ihrer Insta-Story war, mahnend, wo ist denn nur die Polizei, wenn man sie mal braucht? Ja, das ist wirklich die Frage. Wir leben in einer Welt, wo alles außer Kontrolle ist. Wenn Kathi Hummels nicht umgehend eine Polizei bekommt, da muss man ehrlich sagen, dann ist das Land doch in einem besorgniserregenden Zustand. Das stimmt. Genau. Was ist unser Land noch wert, wenn nach 40 Minuten man die Polizei noch nicht mal an die Strippe bekommt? Ja, und ich glaube, der Stalker, ja, dieser Widerling, der hat natürlich ganz bewusst, ganz bewusst und schlau, weil das ein Intelligenz-Stalker ist, ja, hat der genau den Zeitpunkt gewählt, als die Polizei beschäftigt ist. Das ist ein ganz raffinierter Hund gewesen. Und die Frage ist ja, was wollte er von dir? Vielleicht wollte er einfach nur, dass er die Schulden bezahlt. Nein, also, Entschuldigung, nein, es kann ja erst mal sein, dass er ein Autogramm wollte, dass er sagen wollte, hier, heute ist EM-Eröffnungsspiel Deutschland, ich wollte einfach mal mein Deutschland-Trikot dir zeigen oder meine Vuvuzela, ich weiß gar nicht, gibt's hier dieses Jahr auch mal wieder? Weiß ich nicht. Na, verboten, Ausgrenzung, bla, bla, bla. Oder er wollte... Oder er wollte ihr seine Fahne zeigen oder ich weiß es nicht, also am Ende weiß ich es einfach nicht, aber es hätte, also es könnte ja auch was theoretisch Positives gewesen sein. Man muss darauf aufpassen, nicht, dass Daniela KX571283DSDS ABCDEFG, dass die jetzt aussteigt aus diesem Talk, weil das hier rumgeschwurbelt wird. Man muss mal ganz deutlich sagen, natürlich, egal wann und wie und wo, wenn jemand bedroht wird, sollte relativ schnell die Polizei da sein. Ich finde es natürlich auch skandalös, finde ich ernsthaft skandalös, dass es ja in Deutschland in den meisten Regionen gar keine Streifen, also diese 0815, diese Sicherheitsstreifen, dass es die gar nicht mehr gibt, die wurden irgendwann abgeschafft. Das wird nicht mehr patrouilliert, in Anführungsstrichen, sozusagen, weil man gedacht hat, in dieser heilenschönen Welt braucht man das nicht. Das ist ein Irrtum und ich finde es bedauerlich, dass wenn jemand tatsächlich da 40 Minuten Angst hat und nichts passiert, finde ich das schon schlimm. Und wir haben ja übrigens einen Chat, 200 Menschen sind heute Morgen schon da, guten Morgen übrigens in den Chat, der ganz wachsam ist und informiert uns gerade drüber. Weil Kathi Hummels hatte schon mehrere Hunde, die sie immer wieder abgegeben hat nach kurzer Zeit. Also ich möchte bitte, dass du relativierst, dass sie sich einen neuen Hund anschafft, bitte. Nein, ich möchte niemals, ich habe niemals, ich möchte das in Abrede stellen. Nein, es ist nicht so, dass Kathi Hummels einen Hund haben sollte, sie sollte definitiv keinen Hund haben, weil sie hat sich leider nicht qualifiziert für den Hundeführerschein. Sie ist nicht in der Lage, Hunde zu haben und wahrscheinlich waren es immer so Deko-Hunde und keine Arbeitshunde. Wir haben Arbeitshunde, die arbeiten, das sind Maramanos, italienische Berghunde, die normalerweise die Schafsherde alleine betreuen, da brauchst du keinen Schäfer mehr. Und die dafür sorgen, dass zum Beispiel der Wolf nicht kommt, denn das sind die einzigen Hunde mit den Kangals zusammen, vor denen der Wolf furchtbare Angst hat. Und das gilt übrigens auch für Einbrecher auf meinem Grundstück. Ansonsten, vielleicht möchte Berni Bärchen ja eine rollige Katze abgeben. Also das wäre was für Kathi Hummels. Ich glaube aber, dass tatsächlich, ich weiß nicht, aber Stalker haben vor rolligen Katzen nicht unbedingt immer Angst. Aber die können schon echt nervig sein. Ja. Vielleicht geht ein Stalker dann freiwillig und sagt, das Gemaunze tue ich mir jetzt nicht weiter an. Wobei ich sagen muss, da darf ich auch kurz berichten, weil du bist ja nicht auf dem aktuellen Stand. Am Dienstag war Berni Bärchen beim Tierarzt, die Katze ist krastriert. Ja, das tut mir leid. Also, und seitdem ist sie ruhig und ganz schmusig, hat er gesagt, gestern Abend im Stream. Und er hat sogar, weil er hatte, als er zum Tierarzt gegangen ist, obwohl die nur irgendwie, glaube ich, der Tierarzt war nur zwei Kilometer entfernt. Er hatte aber nur so eine komische Plastikbox, die jetzt nicht besonders angenehm ist zum Transport. Und hat jetzt extra für die rollige Katze, also ehemals rollige Katze, so fair muss man sein, hat er extra ein neues, eine neue Transportbox gekauft, die richtig schön ausgestattet, also so eine XXL-Box und so weiter. Wahrscheinlich, weil er auch sagt, ich verdiene jetzt ja auch ein bisschen was über YouTube, das kann ich auch mal in eine tolle Transportbox investieren. Und da muss man sagen, toll, also Berni kümmert sich um seine Katzen. Der Berni hat ein gutes Herz, das muss man einfach sagen, so ist es. Und auch da darf ich kurz vermelden, da hat er ja gesammelt, eine Woche lang fürs Tierheim in Berlin. 1.800 Euro, ne? 2.000 Euro. 2.000, denn er hat ja aufgestockt, sozusagen. Und 2.000 Euro sind da zustande gekommen. Hut ab, Unironie, Hut ab, das finden wir ganz toll. Ja, super. So, bist du schon am Ziel? Ich bin schon am Ziel und ich muss losrennen, eigentlich. Gut, da möchte ich gerne mit einem alten Karl-Dahl-Lied beschließen, der in den 90er-Jahren mal gesungen hat, das Geld, das wird abgeschafft, ich kenne schon einen, der hat nichts mehr. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Start. Ja, oder? War auf Wegweisen, Karl-Dahl. Ja, ganz ehrlich, also damit spätestens jetzt ist DFDS-ABC-AGM-17-2 hoch 15, wie etwa auch weg, weil das ist jetzt wirklich eine Schwurbelscheiße, die hier abgeht. Jetzt quatscht du uns alle in die Pleite, das ist nicht schön zum Montagmorgen. Das stimmt. Heißt das, Karl-Dahl war schon in den 90ern ein Schwurbler, als wir den Begriff noch gar nicht kannten? Ja. Ach, nee, gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Morgen. Bis dann, ciao, ciao. 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 Ciao.